Heute ist eine sehr besondere Folge, denn heute ist Jubiläum. SonntagsOS ist heute in der 50. Folge erschienen, hier mit diesem Video. Also SonntagsOS Folge 50 und zur Feier des Tages installieren wir hier heute Gentoo Linux, aktuelle Version 2.8. Das ist quasi die neueste Version, ist ja immer die neueste Version und zwar mit KDE Plasma Version 5.25 und mit einer Körner Version, Körner 5.18.12. Das ist der aktuelle Distributionskerne. Wir werden den Körner hier nicht konfigurieren und kompilieren und installieren, sondern wir werden den einfach über GentKernel installieren. Das ist der einfachste und schnellste Weg, um das Ganze hier nicht in die Länge zu ziehen. Also schnappt dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute installieren wir Gentoo. Gentoo, darauf habt ihr gewartet und ich wurde immer wieder gefragt, wann ich denn mal Gentoo installiere. Heute ist es soweit, denn die Folge heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist Jubiläum. Letzte Woche hatten wir ein Kiosk mit Portoys Desktop und das war SonntagsOS 49. Das bedeutet, diese Folge hier ist SonntagsOS Folge 50. 50 Folgen SonntagsOS haben wir hinter uns. Das sind 50 verschiedene Linux-Betriebssysteme, die ich hier schon gezeigt habe. Nicht nur Linux, auch Windows habe ich schon installiert und BSD. Ja, muss man noch dazu sagen. Der Name Gentoo bezeichnet einen Pinguin tatsächlich. Und zwar im Englischen ist der Gentoo Pinguin oder der Gentoo Pinguin der sogenannte Eselspinguin. Das ist das, was er im Deutschen ist und so sieht der Eselspinguin aus. Ein ziemlich dicker Brocken, ein ziemlich dicker Pinguin. Sehr klein, sehr niedlich. Erreichen quasi kaum 10 Kilo, also so um die 7,5 Kilo wären die. Und sind sehr klein, rundlich, so knapp, noch nicht mal einen Meter hoch. Sind also ziemlich niedlich. Und das ist im Prinzip der Namensgeber. Also dieser Pinguin ist der Namensgeber dieser Distribution des sogenannten Gentoo Pinguins. Ja, hier sieht man auch oben in der Bezeichnung Ajax Bay Gentoo Pinguins. Das sind die quasi. Gut, da wissen wir schon mal, wo der Name herkommt. Gentoo selber hat eine ziemlich lange, sehr, sehr ertragreiche Geschichte. Ein Programmierer namens Daniel Robbins begann 1999 quasi mit der Entwicklung einer eigenen Distribution. Und das Besondere bei Gentoo Linux ist, anders als andere Linux Distributionen, werden die Pakete, die Softwarepakete quasi als Quellpakete heruntergeladen und direkt von Ingentoo entsprechend kompiliert und dann erst installiert. Das hat den kleinen Nachteil natürlich, dass es unglaublich viele Ressourcen fluckt und auch sehr, sehr lange dauert, bis ein Softwarepaket installiert ist. Zum Beispiel der Grafikserver oder auch der Firefox Browser, wenn man den kompiliert. Da je nachdem, was für ein System man hat, kann man durchaus mal ein, zwei Stunden warten, bis die Kompilation oder bis das Kompilieren eben zu Ende ist. Die Paketverwaltung heißt Portage. Der Vorteil wiederum bei selbst kompilierten Sachen ist, dass die Software quasi maßgeschneidert für den Rechner ist, auf der die Software gerade installiert wird. Gut, soweit, so gut. So hier auf distrowatch.com können wir sehen, bei Desktops, es kommt im Prinzip mit allen Desktops daher. Ganz einfach, weil man einfach alle Desktops auf Gentoo auch installieren kann. Ja, alle Desktop-Umgebungen und Fenstermanager sind ja quasi irgendwo als Quellpakete verfügbar und alles, was man kompilieren kann, kann man eben auch auf Gentoo kompilieren. Deswegen stehen jetzt hier quasi alle. Genauso ist es auch mit der Architektur. Gentoo macht quasi gar keinen Unterschied, so auf welche Architektur man das Gentoo entsprechend baut. Gentoo lässt sich quasi einfach auf alles installieren, was ein Prozessor hat. Hier auf der Wikipedia-Seite sehen wir ganz weit unten auch nochmal, welche anderen Betriebssysteme eben auf Gentoo auch basieren. Und das ist interessant, nämlich Chrome OS oder auch Chromium OS, die beiden basieren tatsächlich auch auf Gentoo. Kaspersky Lab ist eine Rettungsdisk, eine Live-CD, wo man eben Windows-Systeme reparieren kann quasi. Das ist auch in jeder Zeitschrift früher immer mit dabei gewesen. Auch heutzutage wird immer Kaspersky Lab immer noch sehr gerne verwendet. Sabayong Linux, das ist auch ein Gentoo-basierendes Betriebssystem. Auch hier kann man das Ganze als Live-CD dann starten und dann entsprechend auch installieren, dann aber mit grafischer Oberfläche. Und System Rescue-CD war dann damals noch zu Windows 8, 90 oder Windows XP-Zeiten, konnte man die System Rescue-CD auch nutzen, um entsprechend das System wieder herzustellen. Gut, dann wenden wir uns mal einem sehr, sehr wichtigen Portal zu. Und zwar ist das einmal hier die Gentoo-Homepage. Da kann man wirklich ganz wichtige Informationen lesen, die bei Gentoo gerade so wichtig sind. Aber ich glaube, das allerwichtigste Portal auf diesem gesamten Linux-Planeten ist das Gentoo-Wiki. Denn um das Gentoo-Wiki kommt man einfach nicht drum rum, wenn man Gentoo installieren möchte. Denn kaum einer kann Gentoo aus dem Kopf einfach so installieren, es sei denn, der hat es schon hunderttausendmal gemacht. Gentoo muss quasi immer mit Wiki installiert werden. Und deswegen werde ich mir hier dieses Wiki jetzt einfach mal auf die Seite legen. So, als allererstes hier auf dem Wiki suchen wir die Installation, Dokumentation und dann gehen wir in das Gentoo-Handbuch und das gibt es auch auf Deutsch. Deutsch ist allerdings noch nicht vollständig übersetzt auf allen Seiten, aber ich glaube, das Installationshandbuch ist fertig auf Deutsch. So, bei Gentoo, bei der Installation von Gentoo ist es tatsächlich wichtig, vorher genau zu wissen, was man haben möchte. Also, wenn du vorher, wenn du nur so ein bisschen ausprobieren willst, wird es ein bisschen schwierig, weil wenn du das System erstmal installiert hast, wird es ziemlich schwierig, das so richtig zu ändern. Das heißt, bevor du loslegst, solltest du dir schon im Klaren sein, was du möchtest. Bei mir ist es ziemlich einfach. Ich habe einen AMD64 Prozessor, also einen X64 Prozessor. Ich möchte ein UEFI System installieren mit KDE Plasma. So, das ist erstmal das, was ich haben möchte und ich glaube, diese Information reicht für mich erstmal, ja, mit dem, was ich nachher alles brauche. So, dann gehe ich jetzt hier einfach auf AMD64 und dann hat er das Ganze hier schon in der Übersicht einmal offen und dann gehen wir hier direkt in die erste, in den ersten Link rein. Da geht es dann über die Gentoo-Installation und hier wird dann nochmal beschrieben, wie das gesamte Handbuch überhaupt funktioniert und wie auch die Installation nachher erfolgen soll. Das kann man sich dann durchlesen. So, dann kommen wir schon auf die nächste Seite und hier werden dann die Hardware-Anforderungen geklärt. Hier steht Hauptspeicher, 2 GB oder 8 GB Festplattenspeicher und so weiter. Das werden wir dann aber gleich machen. Und hier geht es auch schon weiter mit dem Gentoo Linux-Installationsmedium, denn man kann zum Beispiel Gentoo auch in einer Live-CD booten. Grundsätzlich kann man aber Gentoo von überall aus installieren. Also wenn du jetzt ein Ubuntu installiert hast oder ein Arch oder so weiter oder eine Live-CD von einer Arch-Live-CD oder eine Ubuntu-Live-CD oder irgendwas hast, dann kannst du auch direkt von dieser CD starten oder von dieser ISO starten auf deinem Rechner und von dort aus dann entsprechend die Installation starten. Das hat dann den Vorteil, dass du das Handbuch dann entsprechend öffnen kannst. Ansonsten bräuchtest du nämlich noch einen zweiten Rechner, dass du hier das Manual entsprechend nutzen kannst. So, dann werde ich jetzt hier mal das Installationsmedium herunterladen. Dazu gehe ich in den Download-Bereich. Da habe ich jetzt hier einfach auf Downloads geklickt, Download-Seite. Und ich werde jetzt nämlich einfach das ganz normale Gentoo herunterladen. So, hier jetzt nicht verwirren lassen. Es gibt sogar eine GUI-Version. Das finde ich interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Das muss ganz neu sein, also mit grafischer Oberfläche. Ich nehme aber den Klassiker, nämlich mit Textkonsole. Das werden wir nämlich gleich so machen, dass ich das Ganze nachher per SSH aufspiele und dann quasi hier per SSH mich dann auf die virtuelle Maschine drauf zugreife. Dann können wir das alles auch ein bisschen besser sehen. So, in WordManager erstellen wir jetzt eine neue virtuelle Maschine. So, dann einmal ein Medium auswählen. Das ist diese hier. Choose. So, Gentoo Linux hat er erkannt. Das ist schon mal sehr gut. So, und hier empfiehlt er mir 512 MB Speicher und eine CPU. Das machen wir natürlich nicht, sondern ich nehme jetzt, was RAM-Speicher betrifft, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Da kann ich jetzt doch nicht so über die, weil ich ja jetzt hier noch eine Aufnahme erlaufen habe. So, ich bleibe bei, ja, ich bleibe bei 8 GB. Und bei CPU, da nehmen wir, ja, ich nehme halt mal 8, ja. Wir gucken mal, dass wir damit hinkommen, weil das Kompilieren wird echt Zeit in Anspruch nehmen und umso mehr Prozessor-Power man hat und umso mehr RAM-Speicher, umso schneller geht es. Und ich will natürlich das Ganze jetzt auch nicht zu lange dauern lassen. Deswegen haue ich jetzt hier ruhig wirklich den Rechner an die Grenze. So, dann Festplatte. Wie groß soll das Ganze sein? Dann nehmen wir einfach das Komma weg und haben wir 50 GB. Das sollte ausreichen. Man darf nämlich auch nicht vergessen, die Quelldateien werden heruntergeladen, entpackt, unkompiliert und so weiter. Das braucht tatsächlich Speicherplatz. Und deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. So, meine Netzwerkbrücke machen wir. Und dann wollte ich ein UEFI-System haben. Dann der Videotreiber ist auf jeden Fall Word.io. Dann haben wir die wenigsten Probleme mit. Und Festplatte auch. Das ist in Ordnung. Und wir können direkt reinbooten. Installation beginnen. Und da sind wir in der Live-CD. Und dann können wir das Ganze einmal starten. So, hier fragt er mich jetzt nach der Standard-Tastatur. Da nehme ich DE. Das ist die 12. So, OpenRC wird jetzt auch gestartet. OpenRC ist quasi eine Alternative, eine Quell auf eine Alternative zu System D. Also, um Dienste zum Beispiel zu starten und so weiter. Und diese Startseite hier, die hilft uns jetzt schon mal tatsächlich ein bisschen weiter. Denn wir sehen hier, dass meine Maus hier nicht so richtig funktioniert. Was ja nicht so schlimm ist. To start an SSH Server on this System type und so weiter. So können wir Dienste starten. Das machen wir jetzt einfach mal, indem wir jetzt einfach eingeben. etc. slash init.d sshd und dann einfach Start. So, jetzt wurde ein, ja, Key, ein RSA-Key generiert und SSH ist jetzt gestartet. Und jetzt, damit ich mich, ja, von der Konsole, von der externen Konsole hier drauf schalten kann, brauche ich, muss ich noch das Root-Passwort ändern. Das machen wir auch gleich. Und zwar ganz einfach mit Pass WD Root. Und ich gucke mal, ob er das macht. Jawohl, das hat funktioniert. Der hat einfach Root-Passwort genommen. Super. Dann müssen wir noch schauen, ob wir eine Internetverbindung haben. Das können wir ganz einfach machen mit IP und dann A. Und dann wird mir hier die Internetverbindung auch angezeigt. Mir wird eine IP-Adresse angezeigt. Und ich muss mir im Prinzip die IP-Adresse merken, die wir hier finden. 192.168.30.184. Das ist die, die wir jetzt auch nehmen. Deswegen werde ich jetzt hier einfach wieder auf klein machen. Öffne dann hier ein neues Terminal. Und sage einmal SSH und dann 192.192.168.30.184 war das. So, jawohl. Dann einmal Yes. Und dann noch das Passwort von Root. Und dann sind wir drin. Dann sind wir jetzt Root im Prinzip. Auf der Gentoo-Maschine. Das sehen wir hier. So, und dann brauchen wir hier nämlich dieses ganze Fensterchen nicht. So, dann machen wir hier ruhig ein bisschen größer. Und ich werde jetzt hier einfach auf die andere Seite noch auf meinem Monitor, da habe ich jetzt das Gentoo-Wiki, ja, aufgerufen. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie wir das Ganze hier jetzt durchspielen. Im Hintergrund siehst du hier Konki. Da siehst du hier alle Cores, alle Prozessorkerne, die ich habe. Und hier auch den RAM-Speicher. Und da werden wir nachher gleich beim Kompilieren sehen, dass das Ganze richtig nach oben geht. Als allererstes schauen wir, welche Festplatte, wie unsere Festplatte heißt. Mit LSBLK können wir da drauf zugreifen. Und wir sehen, unsere Festplatte heißt VDA. Und diese Festplatte müssen wir als allererstes partitionieren und dann formatieren. Was da genau der Unterschied ist und wie das im Detail funktioniert, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Hier oben rechts siehst du dann auch nochmal den Link. Und da kannst du dann einfach mal dir anschauen, wie man Festplatten partitioniert und formatiert. So, dazu öffnen wir jetzt erstmal jidis.dev.vda. So, eine neue GPT-Eintrag wurde durchgeführt. Das ist in Ordnung, weil wir wollen ja auch ein UEFI-System. Wir haben ein UEFI-System, wollen auch ein EFI-System hier installieren. Das heißt, wir brauchen im Prinzip drei Partitionen. Eine Boot-Partition, also eine EFI-Partition. Dann eine Root-Partition. Und zum Schluss eine Swap-Partition möchte ich noch haben. Wobei wir diese an zweiter Stelle machen. Und wir fangen an mit der EFI-Partition, also der Boot-Partition. Und da sagen wir einmal neu. Die Partitionsnummer ist die 1. Das ist in Ordnung. Der erste Sektor ist ganz vorne. Den können wir machen. Und der zweite Sektor gibt jetzt an, wie groß die Festplatte sein soll. Oder wie groß die Partition sein soll. Und wir sagen mal 300 Maybebytes. Das ist auch völlig in Ordnung. Also sage ich plus 300 M. So, dann haben wir hier jetzt den Hex-Code. Also wir müssen jetzt bestimmen, was das für ein GO-ID-Label haben soll. Das ist in dem Falle EF00. Wenn du da detailliert sehen möchtest, was da alles an Codes verfügbar ist, einfach ein großes L eintippen. Und dann wird da alles aufgelistet. Ich weiß aber, dass das die EFI-System-Partition ist. So, als nächstes nehmen wir Partition Nummer 2. Da ist der erste Sektor auch hier in Ordnung. Und der nächste Sektor gibt jetzt an die Größe der Swap-Partition. Ich habe 8 GB an RAM-Speicher, habe ich mir vergeben. Und ja, man sagt immer so, als Daumenregel entweder mindestens genauso groß, gerade bei rechenintensiven Sachen oder schreibintensiven Sachen, entweder sollte die Swap-Partition genauso groß oder sogar doppelt so groß sein. Ich sage einfach, die kann genauso groß sein. Also nehme ich hier plus 8 GB. Sehr schön. Und das ist 8.2.0. Das ist nämlich die Swap-Partition. So sieht das Ganze aus. Und dann machen wir noch mal neu. Und nehme jetzt die 3 und den ganzen Rest. Und die 8.3.0.0 ist auch korrekt. Das ist ein Linux-Dateisystem. Ja, und damit haben wir jetzt alle drei Partitionen quasi erstellt. Und die können wir jetzt quasi schreiben. Das müssen wir jetzt hier noch angeben mit W wie write. Jetzt sagt er, hey, möchtest du das wirklich machen? Ich sage ja. Und dann hat er das geschrieben und G-Disk verlassen. So, dann einmal mit Clear aufräumen. Und dann gucken wir noch mal bei LSBLK an, was wir da jetzt hier so fabriziert haben. Wir haben jetzt also hier unsere VDA. Die VDA1 ist die EFI-Partition, Swap-Partition und Root-Partition. Man kann natürlich noch mehr Partitionen machen, eine eigene Home-Partition, wenn man das dann haben möchte. Uns reicht jetzt aber erst mal diese drei Sachen. So, als Allernächstes müssen diese Partitionen formatiert werden. Und zwar wird die Boot-Partition immer als FAT-Dateisystem formatiert mit mkfs.vfat. Das reicht dann aus. Man kann dann noch genau angeben, welche FAT-Art man haben möchte. Zum Beispiel mit FAT32. Und dann gibt man einfach die Partition entsprechend an. slash def slash vda1. So, und dann haben wir das Ganze erledigt. So, dann als nächstes möchte ich mkfs.ext4. Wir machen das heute nicht ganz so kompliziert, sondern machen eine einfache ext4-Partition auf der sda3. Das ist unsere Root-Partition, slash def slash vda3. So, dann haben wir das. Und zu guter Letzt müssen wir noch die Swap-Partition noch machen mit mkswap. slash def slash vda2. So, und dann muss das Ganze noch mit Swap-On angeschalten werden. slash def slash vda2. Und damit läuft der Swap jetzt ebenfalls. Ja, wenn du wissen möchtest, wie ich, wie man das Ganze zum Beispiel mit einem ButterFS-System installiert oder einrichtet, dann schau dir mal hier oben an. Da geht es zu dem Live-Stream, den ich damals gemacht habe, zu Arch Linux. Da habe ich nämlich ein vollständiges Arch Linux installiert, ebenfalls in der Konsole. Und da habe ich dann aber ein ButterFS-System genommen und habe dann da entsprechend diese Sub-Volumes eingerichtet und so weiter. Das findest du tatsächlich, wenn du hier oben auf das i klickst. Und damit wir jetzt hier richtig loslegen können, hängen wir jetzt quasi die Partition in unser Mount-Verzeichnis ein. In Mount, das kann man nicht einfach nur in Mount, MNT einhängen, sondern muss in MNT-Gen2 eingehängt werden. Also quasi Mount slash def slash jetzt vda3, unsere Root-Partition. Und die hängen wir jetzt rein nach MNT slash Gen2. Dieser Ordner existiert nämlich schon. Da hängen wir das Ganze jetzt rein. Und damit wir die Boot-Partition einhängen können, müssen wir zuerst den Boot-Ordner erstellen. Und das machen wir mit mkdir. Also einen Ordner erstellen. Slash mnt slash gen2. Und dann nennen wir diese einfach Boot. Und dann hängen wir hier in Boot einfach rein. dvda1 gen2 slash boot. So, und jetzt haben wir diese auch alle eingehängt. Und dann machen wir erst mal wieder den Bildschirm ein bisschen sauber. Und schauen jetzt erst mal, ob das Datum überhaupt stimmt und die Uhrzeit. Das sieht sehr gut aus. Am Tag der Aufzeichnung war es Freitag. Also ich habe es jetzt noch nicht Sonntag gehabt. So, und hier steht zwar jetzt 20.56 Uhr, obwohl hier oben 22.56 Uhr steht. Das liegt daran, weil das erst mal noch die UTC-Zeit ist. Weil wir haben jetzt hier noch keine Zeitzone festgelegt. Das ändern wir jetzt auch erst mal nicht, sondern erst bei der Installation legen wir eine Zeitzone fest. Und dann wird dann auch die richtige Uhrzeit angezeigt. So, jetzt gehen wir in den Gentoo-Ordner rein. Mit cd slash mnt slash gentoo. Wenn ich jetzt hier ls mache, dann wird das Boot-Verzeichnis angezeigt. Und der Lost-and-Found-Ordner, der kommt durch die ext4-Formatierung. Und jetzt brauchen wir im Prinzip unser, ja, sogenanntes Stage-Pile, unser Stage-Tar, wenn man es so sieht. Und das werde ich hier mal zeigen. Dazu gehen wir hier mal auf die Seite. Hier sind wir jetzt, ne, hier oben haben wir jetzt, hier sind wir jetzt reingegangen in den Gentoo-Ordner. Und hier brauchen wir jetzt ein, ja, im Prinzip diese Stage-Datei. Wo haben wir sie? Hier, diese Stage-Tar-Datei, so heißt die. Da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, das kann man hier alles über die Konsole, über die Lynx-Konsole und so weiter machen. Ich mache es jetzt ganz einfach. Ich gehe jetzt hier einfach auf die Download-Seite. Und deswegen ist das immer ganz gut, wenn man Gentoo dann von einer grafischen Oberfläche aus installiert. Also zum Beispiel, wenn man ein anderes Linux gerade hat, ein Linux Mint oder ein Ubuntu und so weiter, dann kann man das hier einfach ganz einfach kopieren. So, und dann haben wir hier unsere Stage-3-Archive. Eins davon nehmen wir. Und ich nehme hier Stage-3-Desktop-Profile, denn Stage-3, weil den Desktop wollen wir auch installieren. Und deswegen macht sich das ganz besonders. Das erste, nur Open-AC, macht sich ganz gut, wenn man zum Beispiel einen Server einfach nur installiert ohne Desktop. Ich nehme hier mit den Desktop-Profilen und dann gehen wir auf Kopieren. Einfach nur rechtsklick Kopieren und dann hier rein. Und dann W-Get. W-Get ist schon installiert. Dann STRG-Umschalt-V. Das wäre dann Einfügen. Und dann kann man hier einfach Enter drücken. Und dann wird das Ganze jetzt einmal heruntergeladen. Und je nachdem, wie schnell denn die eigene Internetgeschwindigkeit oder der Server ist, kann das eine ganze Weile dauern. Leider ist der Gen-2-Server etwas langsam heute. Deswegen dauert das einen Moment. So, der Download ist erfolgt. Und mit LS kann ich nochmal gucken. Da finden wir das Stage-3-Archiv jetzt hier. Und das müssen wir jetzt auch entpacken. Das ist ja ein TAR-Paket. Also machen wir das Ganze mit TAR entpacken. Und das können wir jetzt nicht einfach nur so entpacken, sondern das muss ganz speziell erfolgen. So, als erstes mit den TAR-Erweiterungen oder den TAR-Kürzeln X, V, P, F. Also X heißt entpacken, also extrahieren. Das P steht für den Erhalt der Dateirechte. Und das F steht lediglich für File. Also wir wollen jetzt quasi einen Dateinamen übergeben, den wir entpacken sollen. So, allerdings braucht es noch einige Attribute. So, als allererstes die Datei müssen wir jetzt benennen. Die nennt sich Stage-3 und so weiter. Und bevor wir jetzt Enter drücken, braucht es noch einige Attribute. Nämlich X, A, T, T, R, S, Minus, Include, ist gleich. Und dann sowas hier einfach machen. Also Gänsefüßchen, Sternchen, Punkt, Sternchen, Gänsefüßchen. Und das bedeutet im Prinzip, dass die erweiterten Attribute erhalten bleiben sollen. Mehr heißt das nicht. Das ist aber wichtig. Sonst funktioniert nachher der Boot und so weiter nicht. Das ganze System funktioniert nachher nicht. Und auch ganz wichtig ist, Numerik minus ohne muss mit übergeben werden. Das ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die User- und Gruppen-IDs der extrahierten Dateien so gesetzt werden, wie vom Gentoo-Release-Team eben definiert. Und zwar auch dann, wenn abenteuerlustige Anwender bei der Installation nicht die offiziellen Installationsmedien verwenden. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, sonst funktioniert der ganze Spaß nachher nicht. Gut, dann würde ich sagen, habe ich mich verschrieben. So, jetzt hat das. So, jetzt haben wir alles entpackt. So sieht das Ganze jetzt hier aus. LS, machen wir mal minus LA. Und jetzt sieht das Ganze hier schon aus wie ein richtiges Linux-Betriebssystem. Also die ganzen Standard-Ordner sind jetzt quasi, ja, schon vorhanden. Der Opt-Ordner, Run, Bin und so weiter. Jetzt müssen wir als nächstes, bevor die Installation auch losgeht, müssen wir erstmal den Compiler konfigurieren. Es ist ja so, dass Gentoo die Dateien, die Quelldateien herunterlädt und dann entpackt und dann kompilieren muss. Und damit das Kompilieren vernünftig funktioniert, braucht es eben einen Compiler. Und den Compiler haben wir schon drauf. Das ist der GNU-C-Compiler und der muss eben auch konfiguriert werden. Und die Konfiguration läuft direkt über diesen Paketmanager Portage. Jetzt gucke ich mal, ob wir WIM installiert haben. WIM haben wir nicht installiert, aber bestimmt Nano haben wir installiert. Perfekt, Nano ist drauf. Also gehen wir zu Nano, dann gehen wir nach EPC, dann Portage und dann schauen wir mal, was wir haben. Wir haben die make.conf und die make.profile drinne und wir gehen dann einfach in die make.conf mal rein. Und dann schauen wir uns diese make.conf mal an. Die sieht jetzt noch so ziemlich leer aus. Weil die mir noch so ein bisschen zu leer ist, können wir hier oben hingehen. Bei User Share Portage Config Make, Config Example, da können wir ein bisschen besser mal herausfinden, wie diese Datei so aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Das machen wir jetzt einfach mal mit Nano und dann User Share. So, das war natürlich jetzt falsch, weil hier vorne darf kein So, jetzt ist richtig. So, so sieht das Ganze jetzt zum Beispiel als Beispiel quasi aus. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, ich nehme jetzt einfach diese Beispieldatei und die kopiere ich jetzt einfach mit cp, kopiere ich die jetzt einfach nach etc.portage-make.conf. So, jetzt fragt er, ob ich es überschreiben möchte. Ja, sehr gut. Und ja, jetzt können wir ja mal reingehen nach etc.portage und Enter. Und dann, wenn wir die jetzt hier haben, haben wir jetzt die make.conf-Datei. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein mit nano und dann make.conf. So, jetzt haben wir die make.conf-Datei hier und die ist schon super aufgebaut. Wir können jetzt im Prinzip alles durchlesen und entsprechend anpassen. Der c-host-Name, ja, den lassen wir jetzt einfach so. Kann man jetzt auch natürlich ändern, aber ja, den können wir ruhig so lassen. Und dann machen wir mal weiter. Wir fangen an mit den c-Flags und da wird nach der Architektur, da reicht es einfach aus, in da native einzutragen. Auch hier kann ich nur auf das Wiki verweisen, auf das Gentoo-Wiki, denn dort steht wirklich alles beschrieben. So, O2, das lassen wir auf jeden Fall so drinne und Pipe kann ebenfalls so bleiben. Das wird auch auf dem Wiki so empfohlen. So, und dann werden wir jetzt hier einfach diese ganzen f-Flags und c-Flags einfach alles unkommentieren quasi. Dann auch so lassen, wie es ist. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. So, jetzt kommen wir zu den erweiterten Einstellungen. Und die gehen wir jetzt hier wirklich mal schön gemeinsam durch, weil dann, wenn wir das einmal richtig eingestellt haben, dann ist das auch wirklich solide. So, Accept Keywords, da machen wir dann hier einfach das Ganze hier raus. Accept Keywords ist AMD64. Das ist nämlich der Prozessor, den wir haben. Dann kommen wir zu den Lizenzen. Bei der Lizenz ist es halt so, da kann man zum Beispiel alle Lizenzen automatisch akzeptieren. Das ist nachher so, dass man bei, ja, dritter Anbieter Software, wenn man die dann kompiliert, muss eine Lizenz oft akzeptiert werden. Das können freie Lizenzen sein, das können MIT-Lizenzen sein oder eben auch richtige EULAs. Und dann kann man das entweder so einstellen, dass hier alle Lizenzen automatisch akzeptiert werden oder dass man alle akzeptiert außer die EULAs zum Beispiel, dass man diese sich dann nochmal separat durchlesen muss. Ja, ich lasse jetzt hier einfach oben die All-Free. So, dann wird hier festgelegt ein Portage-Temp-Ordner. Da können wir VAR-Temp nehmen. Das ist besonders dann auch sinnvoll, wenn du zum Beispiel das VAR-Verzeichnis auf einer anderen Festplatte hast oder auf einem separaten Laufwerk, eine separate Partition. Dann kann die auch sehr groß werden, weil das Temp-Verzeichnis kann nachher während der Installation wirklich sehr, sehr groß sein. Wir lassen das jetzt erstmal hier alles so, wie es ist, werden jetzt hier nicht alles aktivieren, sondern gehen jetzt hier einfach ein bisschen weiter mal durch. So, jetzt ein ziemlich wichtiger Punkt ist der sogenannte Punkt Make-Opts. Bei den Make-Opts werden quasi die Anzahl der Jobs festgelegt. Und im Prinzip ist eine gute Daumenregel oder eine gute Wahl immer die Nummer, die Anzahl der CPU-Kerne plus 1. Wenn wir jetzt hier nochmal schauen, wie viele CPU-Kerne wir zugewiesen haben, waren das 8. Also wäre hier 8 plus 1, also 9. Ja, dann machen wir hier eine 9 hin und dann haben wir die Anzahl der Prozessor-Kerne quasi, die dann gleichzeitig genutzt werden. Hier steht dann auch nochmal, the suggested number for parallel makes is CPUs plus 1. Anzahl der CPU-Kerne plus 1. So, das sieht alles erstmal schon mal sehr, sehr gut aus. Was wir noch nicht gesetzt haben, waren die sogenannten Use-Flags. Die Use-Flags, die machen wir dann später noch. So, jetzt erstmal STRG-O für Schreiben, STRG-X für Raus. So, bevor es jetzt richtig losgeht, müssen wir noch einen Spiegel-Server auswählen, der quasi schnell läuft, sodass die Installation auch schnell vonstatten geht. Dazu gibt es ein Tool, das nennt sich mirror-select. So, dann machen wir minus i, minus o und das schreiben wir nach flash-mnt, flash-gentoo, etc, portage und dann in die make.conf. Und dann gucken wir gleich mal, was wir da haben. So, hier haben wir jetzt die Server und die können wir jetzt im Prinzip auswählen. Und da würde ich vorschlagen, wir wählen einfach die aus, die in Deutschland sind. So, Dänemark, Frankreich, 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 Germany. Da haben wir zum Beispiel 1 und 1. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel den normalen HTTP-Server. Dann möchte ich den von den Dresdner HTTP-Server auch noch haben. Net Cologne bin ich auch immer sehr zufrieden mit der Geschwindigkeit, also nehmen wir den auch noch. Ich denke mal, drei reichen. Einmal auf OK und dann können wir mit STRG L das Ganze wieder aufräumen. Und wenn wir jetzt nochmal reinschauen in die make.conf-File, slash mnt, slash gentoo, etc, portage und dann make.conf-File. Und wir gehen mal ganz nach unten. Dann haben wir hier unseren Gentoo-Mirror und die sind alle hintereinander aufgelistet. Alle Mirrors, die Spiegel-Server quasi. Das wurde jetzt quasi hier hinten angehängt. Der nächste wichtige Schritt ist, dass ein E-Bild-Repository gebaut wird. Dazu benötigt es eine sogenannte gentoo.conf-Datei in einem Ordner namens repos.con. Diese Datei beinhaltet dann Informationen zum Synchronisieren der Pakete, Repositoris und so weiter. Und das machen wir ziemlich einfach mit diesem Befehl hier. Ich kopiere den jetzt einfach rein. Also mkdir, das heißt repos.conf ist ein Ordner. Den erstellen wir jetzt. Und jetzt gibt es, ich kopiere das jetzt mal rein, weil es ziemlich viel zum Schreiben ist. So, also was kopieren wir jetzt hier? Wir kopieren jetzt im Prinzip aus dem Ordner user shareportageconfig repos.conf. Diese repos.conf kopieren wir jetzt in unseren gerade frisch erstellten repos.conf Ordner. Aber wir nennen ihn auch noch um. Also anstatt repos.conf nennen wir die Datei jetzt gentoo.conf. Dieser Link zum Kopieren und Einfügen ist direkt so im Installationshandbuch zu finden. Braucht man einfach nur kopieren und einfügen. So, als nächstes müssen wir die DNS-Infos, die wir jetzt auf der Live-CD haben, einfach auf das neu zu installierende System rüber kopieren. Dazu nehmen wir einfach diese resolve.conf-Datei, die wir jetzt einfach rüber kopieren. Jetzt müssen diverse Dateisysteme eingehängt werden. Das ist jetzt quasi so ein Copy-und-Paste-Spiel. Und deswegen ist das halt wunderbar mit dem per SSH aufschalten, weil so geht das tatsächlich recht zügig. So, das sind jetzt alles Sachen, die müssen eingehängt werden. Die sind wichtig nachher, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Das ist schon eine ganze Menge. So, und jetzt gehen wir in unsere neue kreierte Umgebung rein, per CH-Root. Das kennen wir auch von Arch, von der Arch-Installation. Arch-CH-Root heißt das dann einfach und dann in den Mount-Ordner rein. Und Binbash ist dann unser Standard-Shell. Und das machen wir einfach so. Jetzt sind wir drin. Das sieht erstmal noch nicht danach aus, aber wir sind jetzt in dem Root-Verzeichnis drin. Wir nehmen jetzt das... ETC-Profil als Standard-Profil für unsere Bash. Und damit wir den Unterschied noch merken, dass wir, ob wir jetzt auf der Live-CD oder im Root, in diesem CH-Root sind, können wir das Ganze noch im Aussehen ein bisschen ändern. Das heißt, wir machen in unserer Shell-Line vorne ein CH-Root hin und danach noch unseren Namen. Deswegen haben wir hier in Klammern jetzt CH-Root. Und so wissen wir, dass wir jetzt in diesem CH-Root drin sind, in der Installationsgeschichte. Jetzt, wo wir drin sind, müssen wir das sogenannte E-Bild-Repository aufbauen oder einen Snapshot quasi aus dem Internet herunterladen. Das nennt sich dann einfach Emerge-Web-A-Sync. Und das kann eine Weile dauern. So, jetzt hat er das Ganze synchronisiert und hat eben auch gefunden, dass hier einige Einstellungen in der Make.conf-Datei nicht so ganz korrekt sind. Hier steht zum Beispiel, Sync-Settings wurde zwar gefunden, ist aber deprecated, wird also nicht länger benutzt. So, und deswegen werden wir das Ganze jetzt auch nochmal bearbeiten mit Nano, ETC. Jetzt sind wir ja im Root drin, jetzt können wir das so machen. Wir können das auch hier raus, ETC. Dann Portage und Make.conf. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein und suchen unsere Sync-Informationen. Die sind also deprecated und somit nicht mehr zu empfehlen. So, hier haben wir, das ist unsere Sync-Informationen. Machen wir jetzt hier wieder eine Raute rein und dann ist das auch in Ordnung. Steuerung O und Steuerung X. Und dann können wir das Emerge-Web-A-Sync noch einmal durchführen. Und er hat halt festgestellt, dass das alles dann in Ordnung ist. Also kommt keine weitere Meldung dazu mehr. So, als nächstes wird optional empfohlen, dass man das E-Bild-Repository auch nochmal aktualisieren kann mit Emerge-Sync. So sieht das Ganze dann aus. Und damit nicht gleich unser ganzes Terminal hier mit Buchstaben und Zahlen hier voll gemüllt wird, kann man noch die kleine Option Quite geben. Quite ist immer eine sehr, sehr sinnvolle Option. Gerade auch beim Kompilieren. Ganz einfach, weil es dann auch schneller funktioniert, wenn eben nicht das ganze Terminal so voll gespammt wird. So, dann einfach mal, ja, Emerge-Sync durchlaufen lassen. Auch das kann wieder ein kleines bisschen dauern. Da bitte geduldig sein und warten. So, die Aktualisierung ist durch. Und jetzt geht es weiter mit dem Profil. Und zwar gehen wir jetzt einfach auf E-Select Profile List. Und da werden jetzt eine Reihe von Profile aufgelistet. Wir haben ja die Live-ISO auch mit den multiplen Profilen quasi benutzt. Und hier ist jetzt ein kleines Sternchen bei Desktop. Desktop Stable. Wir wissen ja schon, was wir installieren wollen. Das ist ja nämlich das, was ich auch schon gesagt habe. Wir wollen Desktop Plasma Stable haben. Ich möchte also Plasma. Nicht System D, sondern wir bleiben bei OpenRC, sondern das hier. Das ist dann die Nummer 8. Und das wähle ich dann einfach auch aus mit E-Select Profile. Dann Set und dann die 8. So, und wenn ich jetzt noch mal auf List gehe, dann sehen wir, ist die 8 mit dem richtigen Profil ausgewählt. Das ist nachher nämlich wichtig für, ja, die Systemstabilität. Und jetzt, wo wir das Profil festgelegt haben, müssen wir im Prinzip das gesamte sogenannte World Set festsetzen. Und dieser Schritt ist tatsächlich erforderlich, damit dieses neue Profil dann greift. So sieht das Ganze dann aus. Anstatt verbose werde ich aber trotzdem quiet machen. Also verbose bedeutet laut mit viel, viel Text auf dem Bildschirm. Und quiet ist halt wirklich mit minimalem Text. Ask, der soll mich dann fragen, ob ich das auch haben möchte. Das System soll geupdatet werden und es soll wirklich alles geupdatet werden. Und New Use World und World ist das gesamte System. Gut, quiet sollte man auch richtig schreiben, wenn man es denn schon haben möchte. So wird das nämlich geschrieben. Quiet. So, und jetzt geht es im Prinzip los. So, das ist alles das, was er jetzt quasi updaten und installieren möchte. Hier sehen wir das auch, dass es gibt ein paar Sachen, die werden neu installiert und ein paar Sachen, die werden geupdatet und auch einige Sachen, die entfernt werden. Ja, das sind veraltete Sachen oder Sachen, die nicht zu meinem Profil gehören, die nicht in das Profil passen. Ja, die werden dann zum Beispiel einfach entfernt oder die veraltet sind, weil zum Beispiel ein anderes Programm, dieses Encode 17, ersetzt zum Beispiel das Encode 3.12. Ja, dann wird das eine entfernt und das andere dann installiert. Und hier hatte ich eben auch schon gesehen worden, ein paar Sachen von KDE Plasma auch schon. Hier KDE Frameworks und so weiter wird neu installiert, weil wir eben KDE Plasma als Standard Desktop haben. Und dafür wird zum Beispiel das CairoDoc, was nicht zu Plasma gehört, wiederum entfernt. Und so weiter und so fort. Und das kann jetzt tatsächlich eine richtig eine Weile dauern. So, dann sage ich einfach mal Yes und dann heißt es Tee schnappen und abwarten. So, das Update ist jetzt fertig. Das hat ein bisschen gedauert. Keine Sorgen, das hat jetzt keine acht Stunden gedauert bei mir, aber ich habe es einfach über Nacht laufen lassen. Und ja, jetzt wo das Update durch ist, sind quasi die wichtigsten Pakete für das Profil KDE Plasma installiert. Allerdings sind wir noch lange nicht fertig. Also es fehlt ja noch ein Display-Server. Es fehlt ein Login-Manager und vor allem auch der Kernel und so weiter. Da kommen wir jetzt aber dazu. Als nächstes werden im Gen2-Wiki hier kurz die Use-Variablen beschrieben, was das genau bedeutet. Wer sich schon mal ein bisschen mit Gen2 befasst hat, der weiß, da gibt es irgendwie was ganz komisches mit sogenannten Use-Parametern, dass man da irgendwelche Use-Flags hinzufügen und entfernen soll. Das werden wir uns jetzt auch gar nicht so drinnen so tief irgendwie versteifen. Wir schauen jetzt einfach mal ganz kurz, was die Use-Flags sind. So hier haben wir zum Beispiel die Use-Flags und da ist zum Beispiel X. Und dann kann man quasi bestimmte Standard-Use-Flags einfach hinzufügen oder entfernen. Hier in dem Falle zum Beispiel ist ja hier nur ein Beispiel der X-Server quasi als Flag hinzugefügt. Genauso wie GTK und Gnome und Alsa, der Use-Flag für Alsa wurde entfernt. Das bedeutet, die Anwendungen und Programme werden ohne Alsa-Support kompiliert. Ja, und genauso wie bei Gnome-Gtk, das heißt Anwendungen, die jetzt GTK-Anwendungen sind, werden unter KDE dann zum Beispiel dann nicht kompiliert, wenn ich dann hier ein Minus davor setze zum Beispiel. Ja, dann wird alles dann quasi, also kann ich hier zum Beispiel X, Gtk, Alsa kann ich auch weglassen. Dann kann ich zum Beispiel noch einfach KDE hinmachen. Und zum Beispiel Qt5. So, und dann wird jetzt das System auf KDE und Qt5 komplett optimiert, sodass dann alles, was mit Gnome und GTK ist, nicht mitkompiliert wird. Ja, ich lasse das jetzt aber erstmal noch weg. Wir nehmen jetzt hier einfach die Standard-Flags, die ohnehin schon gesetzt sind. So, wir haben das verändert, wollen wir speichern? Nein. Und zwar gibt es quasi eine ganze Liste von Standard-Use-Flags, die bereits vorgefertigt sind. Die können wir uns mal angucken mit diesem Befehl. Einmal Emerge-Info und dann suchen wir quasi mit Grab nach den Use-Flags, also nach dem Use. So, wenn ich jetzt Enter drücke, dann wird das jetzt hier alles quasi nebeneinander aufgelistet. Aber wir können ja dann trotzdem mal schauen, so sieht das dann aus. Und Use ist gleich, so ähnlich wie in unserer Make.conf-Datei. Und dann werden jetzt hier alle Standard-Use-Flags einfach hintereinander quasi, ja, aufgelistet hintereinander. Aber wie gesagt, da wollen wir uns jetzt gar nicht so tief mit befassen. Ich lasse das jetzt einfach alles so auf Standard, wie es jetzt erstmal ist. So, als nächstes werden wir mal hier den Bildschirm ein bisschen aufräumen. Und ich mache mal ein kleines bisschen größer noch. Und die Zeitzone, jetzt kommen wir zur Zeitzone, dass wir hier die Zeitzone festlegen. So, wir sind Europa-Berlin, also lesen wir das Ganze einmal oder geben wir das Ganze einfach mal aus. Europe-Berlin. Und das Ganze schreiben wir in eine Datei namens flash-etc-slash-time-zone. So, dann haben wir das schon mal drin. So, als nächstes müssen die Timezone-Daten kompiliert werden, beziehungsweise konfiguriert werden. Das machen wir mit emerge-config, den flag-config dazu. Und dann wird das Tool Timezone-Data entsprechend konfiguriert. So, das einmal ausführen. Das dürfte gar nicht allzu lange dauern. Und dann wurde jetzt hier die Europa-Berlin in Local-Time hinzugefügt. Und damit haben wir jetzt die richtige Zeitzone. Als nächstes müssen wir noch die Locales entsprechend konfigurieren. Das ist dann quasi das, was die Systemsprache halt auch ist. Ja, und ähnlich wie bei Arch gibt es da eine Datei, die locales.gen-Datei. Und die schauen wir uns mal genauer an. etc. slash locales.gen. So, hier haben wir das Ganze. Da ist schon alles quasi so ein bisschen vorbereitet. Und dann kann ich hier zum Beispiel schon mal das ein oder andere Häkchen hier rausnehmen. Also die eine oder andere Raute hier schon rausnehmen. Hier würde es jetzt zum Beispiel Sinn machen. de.de haben wir hier schon zweimal. Das könnte man rausnehmen. Das will ich hier aber nicht. Ich möchte weder die ISO noch die Euro haben. Sondern ich nehme de unterstrich de und dann utf-8. Das ist das Locale, was ich haben möchte. Wobei, das wird so geschrieben, Punkt, utf-8, Leerzeichen, utf-8. So wird das Ganze geschrieben. Das ist quasi das Format. Und das lassen wir dann auch so. Mit STRG-O weichern wir das Ganze ab. Mit STRG-X gehen wir wieder raus. Und dann generieren wir die Locales einfach mit local-gen. Und dann werden die deutschen Locales aktiviert. So einfach. Allerdings muss das Ganze auch noch mit E-Select entsprechend ausgewählt werden. Dazu gehe ich wieder E-Select. So ähnlich, wie wir das vorhin mit den Profilen hatten. Müssen wir jetzt alle Locales mal auflisten lassen. Locales. Ne, Locale-List ist das. So sieht das Ganze aus. Und dann werden hier jetzt die Locales angezeigt. Und c-utf-8 ist standardgemäß ausgewählt. Wir nehmen aber das, was wir jetzt gerade erstellt haben, mit der 4. Also Locale-Set-4. Und fertig. Und schon haben wir jetzt de-utf-8 in unser Profil hinzugefügt. So, damit diese Änderungen jetzt in unserer Shell hier jetzt auch aktiv sind, was die Locales betrifft, gibt es diesen Befehl. Kurz, im Prinzip machen wir einfach nur ein ENV-Update. Also ein Environment-Update. Und dann laden wir wieder das Profil neu. Denn in dieser ETC-Profile-Datei wurde ja jetzt die neuen Locales eingetragen. Und die laden wir mit Source quasi nochmal neu. Und dann machen wir mit Export-PS1 wieder unser Terminal, sodass hier vorne das CH-Root wieder angezeigt wird. Einfach, dass wir da nicht durcheinander kommen, auf welcher Umgebung wir uns jetzt befinden. So, jetzt ist fertig. Ging also ganz schnell. So, jetzt kommen wir zum Kernel. Also ich sage schon vorneweg, wir werden den Kernel nicht von Null auf selber konfigurieren und bauen jetzt hier. Das würde den zeitlichen Rahmen auch völlig überschreiten. Sondern ich werde mit dem, ich werde den generischen Kernel einfach installieren. Der Einfachheit halber. Sonst werden wir, glaube ich, mit dem Video nie fertig. So, bevor es mit der Kernel-Installation losgeht, sollte man schon mal die Firmware und Micro-Codes installieren. Dazu gibt es ein Paket, das nennt sich Linux-Firmware. Das kennen wir auch von Arch, haben wir das auch schon gesehen. Das wird dann auch mal installiert. Und dann machen wir noch Quite. So sieht das Ganze aus. Und dann würde ich sagen, einmal los geht's. So, jetzt haben wir hier ein Lizenzproblem. Ja, da sich bei den Firmwaren oft um, ja, keine freie Software handelt, sondern um lizenzierte Software hat er jetzt hier die Installation erstmal verweigert. Das heißt, es wurde ausmaskiert, die Linux-Firmware. Und dazu gehen wir dann einfach nochmal in die make.conf-Datei rein und gehen dann runter zu dem Ort, wo wir das Ganze mit den Lizenzen hatten, nämlich Accept License. Und hier machen wir jetzt ganz einfach, wir werden jetzt der Einfachheit halber einfach alle Lizenzen akzeptieren, dann mit STRG-O schreiben und STRG-X wieder raus und dann werden wir die Firmware einfach nochmal installieren, die Installation einfach nochmal anstoßen. Jetzt sagt er, möchten Sie diese Pakete merchen? Ich sage, ja, möchte ich. Und dann geht es im Prinzip auch schon los. So, die Firmware ist jetzt installiert und jetzt kommen wir zum Kernel. So, die erste Möglichkeit, einen Kernel zu installieren, ist, den zu konfigurieren und zu kompilieren. Das kann manuell erfolgen. Dazu müssen dann einfach die Quell, der Quellcode des Gen2-Kernels einfach heruntergeladen werden und dann eben die Version auswählen. Und dann geht es ja in einen ewigen, sage ich mal, Konfigurationsprozess. Der kann sehr, sehr lange dauern und auch sehr langwierig sein. Und man muss eine ganze Menge dabei beachten, weil die Konfigurationen dürfen auch untereinander sich nicht im Weg stehen. Und das braucht sehr, sehr viel Zeit. Deswegen werden wir das hier heute nicht durchführen, sondern es gibt da noch eine Möglichkeit, das Ganze über GenKernel zu verwenden. Dazu dann im Prinzip hier einfach GenKernel installieren. Dann muss in der FSTab-Datei unsere Bootpartition bereits angelegt werden. Und da muss der Einhängepunkt bereits in der FSTab-Datei schon festgelegt werden, auch wenn das später nochmal separat gemacht wird. Und danach wird der GenKernel einfach eingerichtet und dann in das Bootverzeichnis entsprechend reingeladen. Gut, das reicht erstmal soweit. Der Kerne ist jetzt quasi fertig. Mehr brauchen wir im Prinzip nicht und können jetzt quasi fortfahren mit der Konfiguration des Systems selber. Dann kommen wir nun zur Netzwerkkonfiguration. Und dazu legen wir jetzt erstmal den Host-Namen fest. Das mit nano-flash-etc-slash-conf.d-flash und dann Host-Namen. So, Host-Namen ist hier quasi Local Host. Das machen wir aber raus. Dann nehmen wir Gentbox. So, dann haben wir da einen eindeutigen Namen. Steuung O, Steuung X, wieder raus. Dann als nächstes machen wir noch das Netzwerk. Und hier muss jetzt im Prinzip einfach nur das DNS-Local-Domain festgelegt werden. Also DNS-Domain-L-O ist gleich. Und dann nehmen wir das Ganze ebenfalls Gentbox. So, Steuung O, Steuung X, wieder raus. Als nächstes installieren wir den DHCP-Dienst mit Emerge-AQ, dass ich gefragt werde und dass ich nicht so vollgespammt werde. Und dann DHCP-D müsste ausreichen. So, und dadurch, dass, also so wie ich das jetzt geschrieben habe, kann man tatsächlich Software und so weiter installieren. Allerdings, wenn er dann mehrere Kategorien findet, dann muss man sich dann entsprechend für eine entscheiden. Bei mir ist es hier NetMisc. Und deswegen machen wir das Ganze einfach NetMisc. Ja, halt. Und dann lässt sich das Ganze dann auch installieren. Muss man auch natürlich richtig schreiben. So, jetzt einmal auf Yes. Und dann wird das Ganze Rebuild. So, dann ist das auch soweit durch. Dann können wir diesen Service jetzt quasi automatisch starten lassen. Das geht am besten mit RC-Update. Das ist dann quasi für OpenRC, was ja im Prinzip unser Init-System ist, anstelle von Systemd, nehmen wir ja OpenRC. Und mit RC-Update können wir dann den Standard-Start eines Dienstes festlegen. Das heißt, ich füge jetzt den DHCP-Dienst beim Default-Start quasi hinzu. Mit Add, dann DHCP-CD und dann Default. So, und dann wurde der Dienst quasi in das Run-Level-Default hinzugefügt. So, als nächstes müssen wir den DHCP-Server noch in unserer Netzwerkkonfiguration hinzufügen. Das machen wir auch wieder mit Nano. Ich gucke mal, ob wir Vim haben. Ich würde lieber gerne mit Vim arbeiten. Ich finde Nano nämlich jetzt nicht so doll. Akku und dann gucken wir jetzt einfach mal Vim. Mal schauen, ob er da irgendwas findet. Hat er gefunden. Genau, App-Editors. Und dann machen wir einfach Ja. Dann werden jetzt hier fünf Sachen installiert. Ja, so einfach funktioniert das im Prinzip. Mit dem Installieren von Software. Also Emerge, Akku und dann das Software-Paket. Und er sucht dann das Ganze raus. So, die Installation ist durch. Und jetzt funktioniert Vim. So, bevor wir jetzt die Netzwerkkonfiguration durchführen, schauen wir erstmal, wie unser Netzwerk-Interface heißt. Das können wir mit IPA nochmal machen. Und da sehen wir nämlich, dass das hier ENP1-S0 lautet. Das ist quasi unser Interface. Das müssen wir jetzt quasi im Hinterkopf behalten. Und wir gehen jetzt nach etc slash nochmal conf.d und net. So, jetzt haben wir nämlich hier einmal einfügen. So, und dann geben wir nämlich jetzt ein config. unterstrich, unterstrich, dann unser Netzwerk-Interface, dann ist gleich und dann geben wir hier ein dhcp. So, das ist quasi, ja, unsere Netzwerkkonfiguration, sodass das Ganze dann automatisch gestartet oder dass dann dhcp geladen wird, wenn das Netzwerk-Interface geladen wird. So, mit Doppelpunkt x geht es wieder raus. Jetzt müssen wir das ganze Netzwerk-Interface auch noch automatisch starten lassen. Dazu wechseln wir mal in das initd-Verzeichnis rein. Können Sie uns hier auch anzeigen lassen. Das ist alles in dem initd-Verzeichnis drin. Wir verlinken jetzt ln-snet.lo, einmal das Local-Netzwerk, verlinken wir mit net. und dann enp1s0, ja, mit unserer Netzwerkschnittstelle im Prinzip. Ja, da hauen wir erstmal die Verlinkung rein. Und danach fügen wir das Ganze in unserer OpenRC-Autostart quasi rein als Dienst mit rc-update, add und dann net.enp1s0 und dann default. So, fertig. Und jetzt wird dieses Netzwerk-Interface automatisch gestartet und zwar mit dhcp. Ja, es klingt ein bisschen kompliziert, das schön ist aber im Gentoo-Wiki ist das wunderschön Schritt für Schritt erklärt. Man braucht es einfach nur, ja, nachmachen. Lediglich man muss gucken eben vorher, wie das eigene Netzwerk-Interface heißt. Gut, als nächstes gehen wir in die Host-Datei rein mit vim.etc.hosts und da haben wir hier nämlich die Host-Datei. So, und da schreiben wir jetzt quasi einmal unseren Host-Namen hin. Das wäre Gentbox. Und dann unser Netzwerk-Name, den haben wir ebenfalls Gentbox genannt. Dann unser Host-Name nochmal alleine, was nochmal Gentbox ist. Und dann localhost. So, und das Ganze können wir im Prinzip hier kopieren und einfügen. Und ja, das war es im Prinzip schon. Mehr brauchen wir hier nicht. Wir können hier wieder raus. So, dann als nächstes, ein Root-Passwort haben wir schon vergeben. Das brauchen wir dann nicht, weil das würde jetzt als nächstes kommen. Dann kommen wir nun zur Konfiguration der Init- und Boot-Konfiguration. Und da steht jetzt im Gentoo-Wiki drin, dass wir mal die rc.conf-Datei überprüfen sollen mit vim.etc.conf und dann rc.conf. So, und dann schauen wir uns einfach mal kurz hier durch, ob hier irgendwas ist, was wir hier aktivieren oder deaktivieren müssen. Sieht erstmal alles soweit ganz normal aus. Bei vielen Sachen weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, was die machen. Und im Zweifel einfach alles so lassen, wie es ist, anstatt hier irgendetwas einzustellen, was man nachher nicht weiß, was es macht. So, im Prinzip werden hier in dieser Datei, in der rc.conf-Datei, sämtliche Dienste auch aufgelistet, die automatisch dann gestartet werden sollen bei Systemstart. Das heißt, hier kann man das ziemlich gut sehen. Wenn ich Docker habe, dann kann ich hier zum Beispiel Docker-Container entsprechend automatisch aktivieren lassen, hier indem ich rc.sys das Ganze dann eintragen. Und dann kann ich das dann hintereinander alles eintragen, was dann gestartet werden soll. Ja, gut, da kann man sich dann aber in Ruhe mal mit befassen. Wir brauchen jetzt hier nichts weiter. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach raus, ohne irgendetwas zu ändern. Und gehe als nächstes in die Key-Maps rein. Mit WIM müssen wir jetzt erstmal die Key-Maps entsprechend konfigurieren. Ich gehe jetzt hier mal komplett raus, räume hier mal ein bisschen auf. Und dann gehen wir mal WIM und dann Key-Maps. So, und hier wird jetzt das Key-Map entsprechend angezeigt. Und wir brauchen auf jeden Fall DE. Dann Windows-Keys, ja. Erweiterte Tasten brauchen wir jetzt nicht. Haben wir alles nicht. Und ist das auch schon fertig? Das reicht völlig aus. Den Rest können wir so lassen. Und jetzt muss noch die Hardware-Uhr, die Hardware-Clock entsprechend eingestellt werden. Und dazu gehen wir wieder auf WIM slash ETC slash CONFD und dann HW-Clock. Und hier ist ja jetzt UTC, Universal Time Clock, eingetragen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja, dass das Ganze über die Zeitzone läuft quasi. Und damit er die Zeitzone ausliest, nehmen wir einfach Local. Die Zeitzone hatten wir ja schon festgelegt mit Timezone-Info. Und wenn ich jetzt hier Local eingebe, dann wird das Ganze mit der Local Time quasi synchronisiert, sodass er sich dann entsprechend die richtige Zeitzone... So, ein bisschen was fehlt jetzt noch. Der Syslog-Dämon wird hier auf jeden Fall empfohlen, muss hier noch installiert werden. Dann machen wir das Ganze auch. So, einmal ja. So, dann muss dieser Dämon auch noch aktiviert werden mit RC-Update-Add und dann Sys-Klog-D-Default. Dann einfach das Ganze in den Run-Level, in den Autostart quasi ergeben. Dann, um Dateien schneller zu finden, macht sich zum Beispiel ein Indexer ganz gut. Das wird hier optional empfohlen. Das gefällt mir, Mlocate. Das nehmen wir auch gleich noch mit. Das ist nicht allzu groß, das Programm. Deswegen können wir das auch noch quasi installieren. Sehr gut. Dann ist das drin. Und SSH, gucken wir mal, ob wir das auch automatisch starten können. Alles klar. Dann wird jetzt SSH auch automatisch gestartet nach Neustart. Dann kann ich hier immer über die Konsole als entfernten Zugriff drauf zugreifen. So, dann ist es sinnvoll, ein paar Datei-System-Tools aufzuspielen. Das machen wir jetzt einfach mal, indem wir wieder Emerge, dann Akku. Und dann gucken wir mal, was wir hier so alles nachinstallieren. Dann gibt es zum Beispiel E2FS-Prox zum Beispiel möchte ich haben. Dann möchte ich die DOSFS-Tools haben. DOSFS-Tools. Mehr brauche ich erstmal nicht. Die beiden Sachen reichen. So, die sollen installiert werden. Ja, E2FS-Prox wird dann jetzt einfach neu installiert. Das ist auch in Ordnung. Also ein R für Reinstall. Das ist in Ordnung. So, dann haben wir diese Tools im Prinzip installiert. Jetzt kann es aber auch sein, dass du zum Beispiel für dein Notebook, wenn du dort Gen2 installierst, dann möchtest du natürlich auch, dass WLAN funktioniert. Und dazu benötigt es die WLAN-Pakete. Die kannst du auch mit Emerge entsprechend ziehen. Und zwar unter der Rubrik Net Wireless gibt es einmal IW, das Programm IW und WPA-Subplicant. Das kennt man durchaus auch von Arch Linux. Da dann einfach das Ganze entsprechend immergen. Und dann wird das alles hier installiert. Da ich jetzt hier eine virtuelle Maschine habe und keinen WLAN brauche, breche ich das Ganze jetzt ab mit No. Aber nur, dass du das schon mal gesehen hast. So, und damit sind wir jetzt erstmal soweit durch, was die Standard-Tools und so weiter betrifft. Und dann können wir einen Bootloader installieren. So, und als Bootloader nehmen wir natürlich Grub. Grub ist da, glaube ich, am besten. Und wir gehen, bevor wir Grub installieren, nochmal in unsere Make-Datei rein, in unsere Make.conf-Datei rein. Slash etc slash Vortage und dann Make.conf. Einfügen und dann machen wir hier eine neue Zeile. Und da geben wir jetzt eine Konfiguration ein, die ist ziemlich wichtig. Diese nennt sich Grub unterstrich Plattform ist gleich. Und jetzt in Anführungsstrichen EFI minus 64. Das ist dann soweit fertig. Das ist wichtig, dass wir das so in die Conf-Datei noch eintragen. Mit Doppelpunkt X können wir hier wieder raus. Wir können es nochmal nachschauen. Ja, sieht sehr gut aus. Weiß jetzt gar nicht, warum der jetzt hier ein, das so komisch violett markiert hat. Ist aber nicht so schlimm. Wichtig ist, dass das Ganze hier drin steht, bevor wir jetzt Grub installieren. Und dann können wir jetzt mit Emerge jetzt Grub einfach installieren. Das ist alles das so. Und jetzt durch diese Konfiguration in unserer Make.conf-File hat er erkannt, dass wir den EFI Boot Manager und EFI VARS brauchen. Ansonsten hätten wir jetzt diese Konfiguration nicht vorher eingetragen, hätte er diese beiden Sachen hier nicht jetzt mit installiert, mitgezogen, sondern nur Mandox, PC Utils und Grub. Und dann hätte Grub im Prinzip EFI Boot gar nicht unterstützt. Und deswegen ist es wichtig, dass man erst die Konfiguration durchführt und dann die Installation. So, wir machen Yes und warten einfach ab, bis der die Checks auch durchgeführt hat und die Installation durch ist. So, die Installation oder beziehungsweise die Kompilierung von Grub ist jetzt soweit durch. Aber Grub ist natürlich noch nicht auf der Boot Partition installiert. Das müssen wir jetzt gleich noch machen. Hier wird uns auch schon Hinweis gegeben, dass wir zum Beispiel OS Prober noch installieren können, um zum Beispiel mehrere Betriebssysteme auch zu erkennen. Das ist dann notwendig. Oder entsprechend für RAID Devices ebenfalls noch MDA-DM. Gut, dann müssen wir jetzt Grub-Install ausführen. Grub-Install. Und wohin installieren wir das? Auf unser Target. Das Target ist ein x86-64-efi. Das ist unser Target. Und wo ist unser efi-directory? Na ganz einfach unter slash boot. Dort befindet sich unser efi-directory. So, jetzt wird das Ganze installiert und hat da im Prinzip auch alles gefunden. Installation beendet und es sind keine Fehler aufgetaucht. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt eine Grub-Konfigurationsdatei erstellen mit grub-mkconfig. Da wird dann die Grub-Konfigurationsdatei erstellt. Aber die wollen wir jetzt hier nicht nur immer noch Konsole angezeigt haben, sondern wir definieren einen Output. Das heißt, er soll die Konfiguration auch schreiben. Und zwar nach boot slash grub slash grub punkt cfg. So, dann hat er das Ganze hier auch gefunden. Der hat die Abbilder gefunden. Und ja, damit ist grub jetzt auch durch. Und damit haben wir einen funktionierenden Bootloader. So, und wenn das alles geklappt hat, dann könnten wir rein theoretisch das System neu starten. Dazu befreien wir uns erstmal hier aus unserer ch-root-Umgebung. Jetzt sind wir wieder raus aus dem ch-root. Jetzt sind wir wieder ganz normal in der Live-CD drin und gehen ganz normal an Anfang. Da sind wir. Und dann unmounten wir ein paar Sachen. Einmal unmount das hier. Das ist jetzt einfach auch nur rauskopiert quasi aus dem Wiki. Das ist ganz gut. Unmount minus R und dann Gentoo. Da werden jetzt alle Laufwerke entfernt. Und ja, im Prinzip kann ich jetzt ein Reboot durchführen. So, hier haben wir das Grub-Menü. Und hier ist auch schon Gentoo. Und dann laden wir doch einfach mal unser System. Unser frisch installiertes System. Und jetzt loggen wir uns einmal ein. Ich hatte vorhin vergessen, noch ein Root-Passwort zu vergeben. Wir hatten zwar das Passwort Root für die Live-ISO vergeben gehabt. Deswegen konnten wir ja per SSH aufschalten. Allerdings dann nicht für die neue Installation. Deswegen musste ich das Ganze gleich nochmal neu starten. Nochmal mich reinrouten in die Installation, um dann eben ein Root-Passwort zu vergeben. So, jetzt sind wir aber drin. Als allererstes legen wir einen neuen Benutzer an. Denn mit dem Benutzer-Root sollte man natürlich nicht die ganze Zeit eingeloggt sein. Und das machen wir ganz einfach mit. User-Add minus M-G. Dann in die Users-Gruppe. Dann vergeben wir gleich ein paar Gruppen. Dann die Real-Gruppe, weil wir auch Sudorechte haben möchten nachher. Und Audio, damit wir was sehen. Und Video, äh Audio, damit wir was hören. Und Video, damit wir was sehen. Und dann gleich noch die Shell können wir auch noch mit angeben. Die Standard-Shell, das wäre dann bin slash bash. Das ist die Standard-Shell und der Benutzer-Name ist Typ. Dann einmal Pass WD für den Benutzer Typ. Jetzt kann ich mir hier ein Passwort, ja, quasi zurechtlegen. Da wird mir hier schon eins vorgeschlagen. Lord ist gleich Banana Tonight. Ich nehme aber ein anderes. So, dann nochmal. Hier muss tatsächlich ein langes, unkompliziertes Passwort angegeben werden. Denn mit einem kurzen Passwort funktioniert das Ganze nicht. Das lässt er einfach nicht zu. So, dann cd slash. Da haben wir hier noch unsere Stage 3, unser tar-File liegen. Das können wir einmal entfernen. So, dann ist das Ganze auch einmal weg. Und damit sind wir jetzt im Prinzip einmal durch. Wir können jetzt mal schauen, ob wir uns hier einloggen können. Und zwar mit dem Benutzer Typ. Und das funktioniert auch. Ja, das Einloggen hier funktioniert. Dann haben wir jetzt erstmal das Basis-System installiert. Als nächstes können wir jetzt von hier aus quasi machen, was wir wollen. Und das, was wir wollen, ist KDE Plasma installieren. Und um KDE Plasma installieren zu können, bedarf es dann erstmal ein X-Server. So, als allererstes schauen wir nochmal nach, dass wir auch das richtige Profil ausgewählt haben. So, hier haben wir das Sternchen mit der 8. Hier Desktop Plasma Stable. Das ist auch korrekt. Da wollen wir hin. Dann einmal Super User nochmal, denn wir wollen Root sein. Ja, und dann können wir im Prinzip anfangen, den X-Org-Server entsprechend zu installieren. Und das machen wir mit Emerge-AQ. Und dann X-Org-Server. So, das sind die Sachen, die er jetzt installieren möchte. Das sind also gar nicht so viele. Und dann sage ich einmal Yes. Und dann heißt es Abwarten und Tee trinken. So, die Installation von X11 ist damit abgeschlossen. So, und als nächstes müssen wir noch KDE Plasma installieren. Komplett. Und das Schöne ist, es gibt dann ein, ja, so ein Komplettpaket für KDE Plasma, das sich KDE Plasma Meta nennt. Und da sind dann im Prinzip alle wichtigen Sachen dann drin. Man kann das auch alles einzeln installieren, aber ein Meter ist so ein Gesamtpaket. Und da sind dann alle wichtigen Sachen dabei. So, das machen wir gleich mal mit Emerge. Dann wieder Akku. So, und dann nehmen wir KDE minus Plasma Flash und dann Plasma minus Meta. Das Meta-Paket ist im Prinzip alles. Und da ist dann zum Beispiel auch der Display Manager, also SDDM, gleich mit dabei. Und ja, dann gucken wir mal, wie viele Pakete das denn jetzt sind. So, sehr gut. Das ist hier eine ganze Menge. Wenn ich jetzt hier mal durchscrolle, das Ganze wird jetzt hier installiert. Die ganzen KDE Pakete. Möchten Sie die Pakete installieren? Da sage ich natürlich Yes. Und dann heißt es auch hier wieder Abwarten und Tee trinken. Denn das kann jetzt tatsächlich eine ganze Weile dauern. Das sind 246 Pakete, die jetzt installiert werden. Und ja, es ist jetzt 16 Uhr hier auf meiner Uhr. Und da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis das fertig ist. So, die Installation ist zu Ende. Jetzt ist es 18.30 Uhr quasi. Das heißt, es hat tatsächlich zweieinhalb Stunden gedauert. Und das KDE Framework, quasi KDE Meta, ist jetzt installiert worden. Und jetzt fehlt natürlich nur noch zum Schluss SDDM als Display Manager. Dieser muss, der ist quasi schon installiert. Der ist mit den Meta Packages mit installiert worden. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch so einstellen, dass das auch automatisch dann gestartet wird. Und dafür gibt es bei Gentoo ein Tool. Das nennt sich Display Manager Init. Und das installieren wir noch. Das muss noch nachinstalliert werden mit Emerge Akku. Und dann Display-Manager-Init. Und so wie es aussieht, ist das schon installiert. Deswegen steht da ein R. So, deswegen kann ich jetzt hier No machen. Das brauche ich dann nicht nochmal installieren. Sondern hier genügt es dann einfach, den Display Manager zu starten. Bevor wir diesen starten, öffnen wir erstmal die Konfigurationsdatei. Und zwar gibt es hier bei etc.confd-Display-Manager, gibt es diese Datei. Und hier müssen wir jetzt noch eintragen, dass es sich eben um SDDM handelt. Der Standard-Display Manager von KDE Plasma. So, dann hätten wir das soweit dann auch. Laut Gentoo-Wiki wird es empfohlen, dem User SDDM eine Videogruppe hinzuzufügen. Das machen wir einfach mal. Dann kann zumindest nichts schief gehen. Und jetzt ganz zum Schluss müssen wir noch den Display Manager starten. Und das geht mit diesem Befehl, rc-update-add-Display-Manager-Default. Das ist dann, damit der dann automatisch gestartet wird, sobald der Rechner gestartet wird. Und damit wir den Display Manager jetzt auch sofort starten können, können wir hier im Prinzip rc-service-Display-Manager-Start machen. Und schon geht es quasi los. Und wenn ich jetzt hier rübergehe auf die virtuelle Maschine im Prinzip, sehen wir auch schon, hat der Display Manager sich schon gestartet. Ich sehe hier aber, es ist trotzdem noch die US-Sprache drin. Warum auch immer das der Fall ist. So, hier sehen wir, dass es auch Plasma on Wayland gibt. So, und dann loggen wir uns einfach mal ein. Mal schauen, ob das klappt. So, und schon lädt sich KDE Plasma. Das ist der Login-Bildschirm. Und jawohl, da sind wir drin. Das freut mich sehr, dass das geklappt hat. Und wie man auch sieht, ist alles soweit auf Deutsch. Wir können ja gleich mal gucken, was jetzt alles quasi installiert wurde. Ein Menü-Editor ist quasi mit drin. Dann dieser PDF-Viewer, MU-PDF. Der war mit dem KDE Plasma Framework mit drin. Wir haben Phone-On-Audio und Video. Abstraction Library. Clude 5 Designer, das ist ganz normal. Die Systemeinstellung, Systemmonitor. Vim haben wir installiert. Und VLC Media Player ist zusätzlich in dem Meta-Package mit drin gewesen. Überraschenderweise. Also gar nicht Amarok oder so. Und WPA-GUI ist mit drin. Obwohl ich WPA-Supplicant eigentlich gar nicht installiert habe, ist dieses GUI mit drin. Und wir können ja mal schnell in die Einstellungen gehen. Systemeinstellungen. So sieht das Ganze dann aus. Wir können dann hier auch in hell und dunkel quasi alles einstellen. Und hier die Anzeige natürlich auch auf Full HD machen. Anwenden. Sehr gut. So, wir sind hier in unsere frisch installierte Gentoo-Installation drin. Und es ist hier zwar schon alles auf Deutsch, eingestellt. Es fehlen aber noch ein paar Sachen, dass wir das überhaupt richtig nutzen können. Denn es fehlt zum Beispiel, ja, sämtliche KDE-Plasma-Anwendungen, wie zum Beispiel das Terminal. Wir haben kein Terminal installiert. Wir haben auch keinen Internetbrowser installiert. All das muss ja noch getätigt werden. So, und als allererstes möchte ich mal schauen, ob wir bei den Regionaleinstellungen, da steht hier nämlich aktuell immer noch American English, ob wir das Ganze hier auf Deutsch einstellen können. hinzufügen und American English einfach entfernen, anwenden. So, ihre Änderungen werden bei der nächsten Anmeldung aktiviert. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Gut, aber so im Großen und Ganzen sieht das schon alles ganz, ganz cool aus. Wie ein echtes, ja, KDE-Plasma im Prinzip. So, was mir noch gerade auffällt ist, ich habe auch kein, ja, kein Dolphin, ne? Kein Dateimanager. Also mir fehlt, ich habe jetzt nur diese nackte KDE-Plasma-Oberfläche, aber mir fehlen im Prinzip sämtliche Tools. Denn selbst wenn ich hier versuche, WIM zu starten, funktioniert das natürlich nicht. Und weil keine Konsole installiert ist. Und deswegen machen wir uns nochmal, wir bei Orte zum Beispiel, kann ich hier eigentlich nichts machen. Also Orte ist Anwendung und Orte, persönlicher Ordner. Ja, dann möchte ich ja jetzt wissen, mit was ich dann da jetzt hin will. Aber ich habe ja nichts. So, wir loggen uns mal aus. Mal sehen, abmelden. Okay. Und ich habe hier tatsächlich nur das US-amerikanische Format und die Uhrzeit ist halt immer noch falsch. Gut, wir gehen jetzt mal wieder in unser SSH. Denn da kommen wir wunderbar drauf auf das Terminal. So, dann sind wir jetzt hier drin. Und wenn ich jetzt hier nämlich sudo eingebe, wird hier nichts gefunden. Deswegen werden wir das jetzt gleich als allererstes machen. Erstmal Root. So, und jetzt cd. Wir gehen hier ganz normal in, machen ein bisschen größer alles. So, und wir emergen jetzt mal. Merge, 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 Akku und dann sudo. So, das ist ein Paket. Das möchten wir haben. So, und damit wir das Ganze auch nutzen können, machen wir erst mal bei sudo. Mal gucken, ob das funktioniert. Jawohl, funktioniert. Sehr gut. Dann öffnet sich nämlich Nano. Und dann gehen wir jetzt runter, bis wir zu der Wheel-Gruppe kommen. Sehr gut. Und machen hier einfach die Raute raus. Dann haben wir Wheel all ist gleich all, all, all. Das ist wichtig. Und dann einfach STRG-O fürs Abspeichern und STRG-X, um wieder rauszugehen. Und wenn ich jetzt Exit mache, dann bin ich ja wieder Typ. Und wenn ich jetzt hier sudo eingebe, dann funktioniert das Ganze auch. Nehme ich zum Beispiel sudo vim. Und da haben wir dann hier unser Passwort. Da kann ich jetzt hier eingeben. Und schon sind wir rot in vim. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar diverser KDE-Apps. Darunter zählen eben auch Dolphin, ein Terminal brauchen wir. So, und um jetzt ein paar KDE-spezifische Sachen zu installieren, ja, dann fangen wir mal an. Wir brauchen zum Beispiel sudo emerge minus aq. Und dann können wir zum Beispiel mal anfangen mit Dolphin. Da nehmen wir kde-apps-dolphin. So, jetzt schauen wir mal. Yes. So, dann als nächstes nehmen wir Konsole. So, dann möchte ich als nächstes installiert haben Elisa. Das ist eine Media Player. Jawohl. Und Arc will ich jetzt auch noch installieren. Das ist quasi ein Archivierungsprogramm. Damit kann man dann Sachen archivieren. Und dann noch den Taschenrechner. Jawohl. Und zum Schluss dann noch Kate. Und dann reicht das erst mal. So, ich habe jetzt den Rechner einmal neu gestartet. Und jetzt sind die Anwendungen auch soweit drauf. Hier haben wir Kate. Jetzt haben wir auch Dolphin hier, unseren Dateimanager. Und vor allem, was auch sehr schön ist, ist es dann Elisa, unsere Audio Wiedergabe, also unser Audio Player. Einen Taschenrechner haben wir hier. Und natürlich die Konsole, sodass wir jetzt hier Konsole verwenden können. Wenn, so, falls du KDE Plasma installierst auf Gen 2, dann kann es passieren, dass hier das Sleep, Hibernate, Restart und so weiter, dass das alles nicht da ist. Wenn dem so ist, dann musst du noch eine Kleinigkeit hinzufügen, nämlich zwei Sachen. Einmal musst du eLogin D, eLogin D quasi beim Booten hinzufügen. Das machst du dann mit sudo rc-update. So, ich habe jetzt hier wieder die englische Tastatur aus irgendwelchen Gründen. So, also rc-update, dann add, eLogin D und dann Boot. Gut, das muss quasi nicht dem Default, sondern dem Boot hinzugefügt werden, dass das schon während des Bootens geladen wird und nicht erst, wenn der Bootvorgang beendet ist und meine Eingabemaske ist. So, einmal das Ganze aktivieren und dann noch ein zweites, nämlich D-Buzz. Das muss ebenfalls beim Bootvorgang schon aktiviert werden und dann einmal das System neu starten und dann wird hier unten auch Restart und Shutdown und so weiter angezeigt. Sonst funktioniert das nämlich nicht. So, Gen2 mit KDE-Plasma. Wie lautet das Fazit? Also, wer Gen2 nutzen möchte, braucht sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Geduld und einen großen Willen, Neues zu lernen und sich viel, viel zu belesen. Denn auch während der Installation wird man immer wieder auf Probleme stoßen, auf Sachen, die gelöst werden müssen. Gerade so Gen2-interne Sachen, wie zum Beispiel alles, was mit Portage zu tun hat, alles, was mit den Use-Flex zu tun hat. Oder eben auch, wenn man sich so ein frisches, nacktes KDE-Plasma installiert, dass dann auch zum Beispiel solche Sachen vorkommen. Dass hier zum Beispiel Restart und Shutdown nicht richtig angezeigt werden. So, wie es aussieht, habe ich auch das Problem, dass, obwohl alles auf Deutsch eingestellt ist, doch einiges auf Englisch hier angegeben wird. Ich weiß aber, dass KDE-Plasma vollständig auf Deutsch übersetzt wurde. Genauso wie hier bei den Anwendungen, zum Beispiel hier die Konsole. Es wird hier auch Unterfenster als Lesezeichenordner wiederum richtig angezeigt. Der Rest ist hier komplett, teilweise komplett auf Englisch. Und es ist bestimmt irgendwas, wo ich was einstellen kann, was ich noch nicht gefunden habe. Dann eine weitere Besonderheit ist, wenn ich jetzt Gen2 neu starte, dann sind alle Einstellungen hier wieder zurückgesetzt. Das ist alles dann wieder auf, wie gerade frisch installiert. Auch das finde ich sehr schade. Ich habe dazu momentan auch keine Lösung gefunden, weil das scheint auch kein Gen2-spezifisches Problem zu sein, sondern hängt irgendwie mit dem frischen KDE-Plasma zusammen. Aber auch da muss man sich dann einfach belesen. Ich hatte eine ziemlich abenteuerliche Zeit. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Tage gebraucht, um das alles hier irgendwie sinnvoll zusammen zu installieren. Würde ich Gen2 als Daily Driver empfehlen oder nutzen, nicht zwangsläufig. Weil es ist grundsätzlich als Daily Driver definitiv nutzbar. Man kann es wirklich bis ins kleinste Detail konfigurieren. Allerdings finde ich das mit der Installation, die quellbasierte Installation, ist nicht sehr optimal. Da sehr große Quellpakete heruntergeladen werden und das Ganze wird dann auf dem System kompiliert und dann installiert. Und die Kompilierung, das frisst halt auch eine Menge Strom, muss man einfach dazu sagen. Ja, weil der Prozessor dabei sehr, sehr dolle beansprucht wird und vor allem, es dauert dann auch sehr, sehr lange. Alleine nur die Installation von einem Internetbrowser wie Firefox oder auch den Falcon Browser, Chrome Browser und so weiter, die gesamte Qtweb-Engine, das dauert so ewig lange, also dass man mehrere Stunden in Browser installiert ist. Und ja, in der heutigen Zeit weiß ich nicht, ob man da sich diese Zeit auch nutzen muss unbedingt. Dennoch ist Gen2 quasi aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Lernplattform, was Linux betrifft. Alles, was mit Linux-spezifischen Sachen zu tun hat, kann man hier in Gen2 wirklich lernen. Das Gen2-Wiki ist wirklich absolut hervorragend. Es ist, ja, ich sag mal nach dem Arch-Wiki, das beste dokumentierte Wiki überhaupt, was Linux betrifft. Man findet dort so ziemlich zu jedem Thema auf jeden Fall eine Lösung. Und du kannst mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob du selber Gen2 zum Beispiel als Daily Driver benutzt oder sogar vorhast, oder ob du Gen2 schon mal installiert hast auf richtiger Hardware in einer virtuellen Maschine. Würde mich interessieren. Ansonsten komm ruhig auch in den Space, in den Matrix-Space von so einem Typ im Internet. Und jeden Samstagabend ab 19 Uhr zocke ich und zwar auf Twitch live. Auch da kannst du dann einfach mal mit einschalten. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntagnachmittag. Ich bin nur so ein Typ im Internet. Ich bin nur so ein Typ im Internet.